Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei unserem Radiomagazin Bildung Aktuell. Heute mit der Frage, nach dem Abitur folgt die Uni. Dieses Motto ist weit verbreitet. Eine schlichte Berufsausbildung ist aus Sicht der Abiturienten offenbar keine Alternative. Oder etwa doch? Mein erster Gast im Studio ist Martin Steiner. Nach dem Abitur entschied er sich gegen ein Studium und für eine Berufsausbildung. Ja, hallo. Ich mache eine Ausbildung zum Fluglotsen. Das heißt, ich werde später den Flugverkehr kontrollieren. Da gehören Sie zu einer kleinen Gruppe von Auserwählten. Der Beruf des Fluglotsen ist, glaube ich, sehr gefragt. Stimmt. Deshalb nimmt man auch keine Bewerber, die nicht über ein Abitur verfügen. Und natürlich muss man unter anderem auch sehr gut Englisch können. Unser zweiter Gast im Studio ist Frau Petra Wagner. Sie hat ihr Jurastudium nach dem dritten Semester abgebrochen und macht nun eine Ausbildung bei einer Firma, die Filme produziert. Ja, hallo. Frau Wagner, warum haben Sie sich nicht von Anfang an für eine Ausbildung entschieden? Also, ich wollte schon immer beim Film arbeiten. Aber als es nach dem Abitur darum ging, mich für ein Studium oder eine Ausbildung zu entscheiden, wurde ich unsicher. Meine Eltern rieten mir dazu, lieber etwas Vernünftiges wie Jura zu studieren. Dabei stellt sich oft heraus, dass das Studium nicht für jeden die richtige Wahl ist. Immerhin brechen jedes Jahr 70.000 Studenten ab. Bei mir war das so, dass ich keine echte Verbindung zu meinem Studium aufbauen konnte. Ich denke auch, wer sich schon in der Schule mit dem ewigen Lernen gequält hat, dem wird es an der Uni nicht besser gehen. Außerdem hat man mit einer Ausbildung schon mal einen ersten Abschluss in der Tasche und kann sein erstes Geld verdienen. Und falls man sich entschließen sollte, doch noch zu studieren, hat man nichts verloren. Außer vielleicht ein bisschen Zeit. Ich glaube, das Finanzielle spielt schon eine große Rolle. Während andere sich noch durch die Semester plagen, haben Auszubildende schon ihr Gehalt in der Tasche und stehen auf eigenen Beinen. Und während ihrer Ausbildung erkennen viele, dass ihnen ein praktischer Beruf viel mehr gibt und dass ihre Fähigkeiten besser anerkannt werden. Das belegen auch Statistiken. Immerhin hat es jede dritte Führungskraft in Deutschland ohne Studium nach oben geschafft. In manchen Branchen, wie dem Handel, gibt es mehr Chefs ohne Studium als mit. Dazu tragen auch Fortbildungen bei, mit denen man weitere Qualifikationen erwirbt. Eine abschließende Frage an beide. Studium oder Lehre? Welchen Ratschlag möchten Sie unseren Zuhörern geben? Ich denke, letztendlich hängt die Entscheidung von den eigenen Wünschen und Interessen ab. Also, was will ich in meinem Leben erreichen? Wie viel Energie investiere ich in meine Ziele und so? Aber am wichtigsten finde ich, dass heutzutage weder ein Studium noch eine Ausbildung ohne Alternativen sind. Wer nach der Ausbildung Lust auf mehr hat, kann immer noch ein Studium beginnen. Frau Wagner, Herr Steiner, ich wünsche Ihnen alles Gute für die weitere Ausbildung und bedanke mich recht herzlich für dieses interessante Gespräch. Gerne. Gern geschehen.